Ganz schnell, Moment bitte, da oben am Steg, guckst du mal, da steht der Hebel nach oben. Das ist doch kein Hund verletzt. Jetzt ist Helmut am Start mit Luna, Startnummer 59. Halt, 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 Halt. Und jetzt seid ihr zu Hause, 55, 26 ist deine Zeit mit zwei Parcoursfehlern und einer Verweigerung.